José Martí, Zwei Wunder, Dos Milagros, aus Laida Teoro, New York, 1889. Es ging ein Jüngling verwegen, Schmetterlinge zu jagen. Es küsst sie der Schlingel, um sie verlegen, dann hin zu den Rosen zu tragen. Por tierra, en un estero, estaba un sicomoro, le da un rayo de sol, y del madero, muerto, sale volando un ave de oro. An eines Flusses, Uferwegen, wuchsen einst Maulbeerfeigen. Aus totem Holze der Sonne entgegen, sieht hoch einen goldenen Vogelmann steigen. José Martí, Zwei Wunder, Dos Milagros, aus Laida Teoro, das goldene Zeitalter, New York, 1889. Lesung und Übertragung aus dem Spanischen, Mark Pusch, 2021. Lesung und Übertragung aus dem Spanischen, Mark Pusch, 2021.